Nach oben kann ich schon fliegen, weil man nicht so schnell drehen kann. Aber da kann man sagen, dass die Pflanzerweite ist. Da ist schon bereit. KURURUR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist der Vorteil, dass zumindest der rote Flügel... Dass du die Dach rauskommst, ja? Ja, ja. Aber du machst das nichts. Das ist der Vorteil.